Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Craft Attack 4. Ich bin Klimm und beim letzten Mal haben wir mit dem Vini Krödel zusammen dieses Schiff hier gebaut. Und heute mache ich mal was, was viele von euch sich gewünscht haben und ich versuche das Ganze mega cool zu machen. Ich muss aber auch, ja ich muss erstmal wieder da hoch mein Zeug ablegen. Ich muss dazu sagen, dass diese Folge heute ein Experiment ist. Ich weiß nämlich nicht, ob das klappt. Ich weiß nicht, ob das cool wird. Ich weiß nicht, ob das anders nicht vielleicht besser ist. Aber ich will es auf jeden Fall mal ausprobieren, weil ich das schon in Craft Attack 3 ausprobieren wollte. Ich weiß nicht, wie gut ich das hinbekomme. Aber, naja, werden wir sehen. Denn ich mache heute, es steht schon im Titel, deswegen muss ich gar nicht so dramatisch darum rum reden. Ich möchte heute eine Cinematic World Tour machen. Was heißt das genau? Naja, das heißt, dass ich eine World Tour machen werde aus allen Häusern in Craft Attack. Deswegen steht das ja auch im Titel, meine Freunde. Alle Häuser in Craft Attack will ich durchgehen, beziehungsweise alle, naja, das was halt da ist. Es gibt halt zwei Leute, die haben noch kein Haus, glaube ich. Aber alle Leute, die ein Haus haben, werden auf jeden Fall gefeatured in diesem Video. Und, ja, ich möchte das Ganze Cinematic machen. Was heißt das? Naja, das seht ihr jetzt gleich. Und ich möchte ganz kurz noch in meinen Turm gehen, denn da starten wir die Tour einfach. Ne, aber war ja Quatsch. World Tour ab, oder so. 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 Beginnen wir mit der Stadtmitte. Dort hat sich schon einiges getan. Das größte Gebäude ist das Rathaus. Mit sehr vielen Fenstern und zwei Flügeln haben wir da auf jeden Fall ein richtig cooles Gebäude gebaut, in dem alle wichtigen Dinge aus Craft Attack besprochen werden können. Durch große Fenster kann man immerhin durchgucken und in den Flügeln haben wir auf jeden Fall genug Stühle für alle Teilnehmer in Craft Attack. Der andere Flügel ist aktuell noch leer. Dort kommen bald die Leute hin, die alle dabei sind. Generell ist das Rathaus ziemlich groß und noch nicht ganz fertig, weswegen man noch ein paar Löcher im Dach sieht. Aber das Dach grundsätzlich ist schon soweit fertig und in der Mitte des Stadtzentrums ist es auf jeden Fall ein guter Ort für ein solches Gebäude. Betreten kann man das Rathaus durch den Eingang mit der Brücke und wenn man hinauf geht, dann sieht man dort auch schon das Büro des derzeitigen Königs oder des derzeitigen Herrschers, wie man denn möchte. Und dort kann dieser regieren. Über ein großes Fenster kann der König auch noch nach draußen gucken und sehen, was draußen so alles gebaut wird und direkt einen Blick auf das Stadtzentrum, auf den Kern werfen. Ebenfalls im Stadtzentrum ist das Architektenbüro von Zinus und Klüm, also von Zinus und mir. Und auch das Gebäude richtet sich an dem Design des Rathauses und hier ist es relativ klein geworden, aber genau das wollten wir damit auch machen und ich finde es ziemlich cool. Und das sollte so die Schaltzentrale für Zinus und mich sein, weil wir bauen ja die Stadtmitte weiter und im Inneren sieht man auch, dass dort ein paar Truhen stehen und in diesen Truhen sind dann Ressourcen für die Bauprojekte, die Zinus und ich angehen werden. Kommen wir nun zum Haus vom aktuellen König aus Craft Attack, vom aktuellen Herrscher aus Craft Attack, der gewählt wurde und zwar das Haus von Revi. Auch das finde ich sehr cool, er hat hier sehr cool zwei Türme kombiniert mit einem normalen, würde ich mal sagen, Hausdesign und das gefällt mir sehr, sehr gut. Die Türme sind aus Stein, der Rest ist aus Holz und Quarz und ich finde das passt einfach ziemlich gut zusammen. Es ist mal was anderes zusammen und das gefällt mir daran, das ist das, was mir daran halt wirklich gut gefällt. Und auch die Details im Turm sind wirklich gut, auch wenn hier rechts an der Seite, wo wir gerade langfliegen, auch wenn da noch ein bisschen was fehlt, wie ich finde. Und hier unten sind ein paar kleine Baufehler, glaube ich und das können wir noch ein bisschen besser machen, aber von den Details her, ansonsten ist das Gebäude schon ziemlich, ziemlich gut. Und dort laufen auch gerade Revi und Petra entlang und das ist das Haus von dem aktuellen König, Rewinside und ich finde das ziemlich cool. Von innen sehen aber die meisten Räume so aus wie dieser hier, leer und noch nicht mit viel Inhalt, außer ein paar Fackeln, um die Monster zu vertreiben. Der einzige Raum mit Inhalt ist der Hauptraum, wenn man direkt reinkommt und auch dort steht nur ein Nether-Portal herum, also muss Revi auch noch ein bisschen machen, was den Inhalt seines Hauses angeht. Und ansonsten, wie gesagt, ist es sehr cool, aber von innen ist halt noch nicht viel da. Betritt man sein Haus aber von hinten durch diese Holztüre oder geht die Treppe runter, sieht man, dass sich dort hinter ein Lagersystem befindet, in dem Revi wahrscheinlich alle seine Sachen stort. Und auch das, wie gesagt, ist ziemlich cool gebaut. Ich finde die Details hier drin eigentlich ganz cool und auch, dass er so viel Platz hat und alles mit Itemframes auskleidet, finde ich sehr, sehr gut, sehr, sehr löblich. Macht Spaß einfach hier drin zu sein, finde ich. Und ja, hier das Lagersystem würde ich auch gerne benutzen. Was Revi in seinem Haus aber noch nicht hat, hat er außerhalb. Und zwar hat er außerhalb ein bisschen Detail und ein bisschen mehr Stuff gebaut. Und zwar diese Scheune mit Kühen und Schafen. Und ja, in dieser Scheune würde er wahrscheinlich das Futter für die Tiere aufbewahren oder vielleicht die Drops von den Tieren. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat er direkt nach dieser Scheune auch ein weiteres relativ großes Feld, an dem er ganz viele Sachen anbauen kann. Kommen wir nun zu einem der coolsten, wenn nicht sogar dem coolsten Grundstück bzw. Gebäude in Craft Attack überhaupt. Und das ist das Gebäude bzw. das Haus von Zinus. Wir sehen schon eine riesengroße Windmühle und ein riesengroßes Haus im Gesamten. Fertig ist es noch nicht, aber ich glaube, wenn es fertig aussieht, wenn es fertig ist, sieht es wirklich, wirklich gut aus. Bei Zinus gibt es wie auch schon in Craft Attack 3 unglaublich viele Details. Gerade in den Wänden mit den Zäunen und den ganzen Stufen und auch coole Gänge nach unten, die wir jetzt gerade am unteren Bildschirmrand sehen. Die Fenster sind cool, die Blöcke, die er benutzt hat, sind cool. Auch wenn ich kein Fan von dem weißen, ich weiß vergessen, wie das heißt, bin, ist es doch ein sehr, sehr cooles Haus geworden. Mit vielen kleinen Kleinigkeiten, die die ganze Form aufbrechen so ein bisschen, vielen Buttons. Er achtet einfach aufs Detail und das ist wirklich eine Liebe zum Detail, die der Zinus hier mit seinem Haus an den Tag legt. Das ist schon echt heftig. Auch das Dach hat er schon angefangen und ich finde auch das sieht ziemlich cool aus. Zinus kommt dem in der Stadtmitte sehr, sehr nahe und an dieser Stelle muss ich auch sagen, dass Zinus sehr, sehr gut bauen kann. Und ja, das Dach in der Stadtmitte wahrscheinlich von seinem Dach, was er hier aber auch ein bisschen angelehnt ist. Von innen sieht es aber ähnlich aus wie bei Revi. Wenn man reinkommt, hat man ein paar Rüstungen an der Seite und ein großes Z in der Mitte, das förmlich danach schreit, irgendwann zu einem C gemacht zu werden. Aber das ist eine ganz andere Sache. Hier sieht noch nicht viel los. Nein, Moment, hier geht noch nicht viel los. Hier geht noch nicht viel ab, genau. Hier geht noch nicht viel ab, hier ist das meiste noch leer. Es gibt ein paar Räume mit Einrichtungen, die werde ich euch gleich noch zeigen. Aber das Gröbste ist eigentlich noch leer, denn Zinus möchte erstmal sein Haus aufbauen und dann in das Haus hineinbauen. Was er schon hat, ist hier eine kleine Ecke, in der er alles vorbereitet. Und ja, dort wird wahrscheinlich sein gesamtes Crafting und sein gesamtes Resource Gathering für das Haus stattfinden, was auch so aussieht, als wäre es noch provisorisch. Ein paar halbwegs fertig eingerichtete Räume gibt es aber dennoch. Wie beispielsweise hier diesen Kamin, der meiner Meinung nach ziemlich cool aussieht. Hier diesen Fliesenteppich, genau, Fliesenteppich funktioniert nicht. Hier dieses Fliesenmuster und auf der anderen gegenüberliegenden Seite haben wir einen kleinen Raum mit Stühlen und einem ziemlich coolen Zinus-Banner. Und zwar hat der liebe Zinus in seinem Keller sowohl eine kleine Chicken- als auch eine kleine Q-Farm. Und ja, das wollte ich euch einfach nochmal zeigen. Ansonsten ist Zinus' Haus von innen noch nicht wirklich weit. Und da müssen wir also gespannt sein, was der Zinus da noch weiteres für uns auf Lager hat. Kommen wir nun zum Haus-Turm von Manulsen, der noch weitergebaut werden muss anscheinend. Beziehungsweise sehr wahrscheinlich, weil es hat noch kein Dach. Und der ist ziemlich basic gehalten. Leider keine Details in den Wänden. Die Wände ziemlich flach, aber ansonsten ziemlich cool, würde ich sagen. Also da hat der liebe Manuel schon, glaube ich, das meiste rausgeholt. Wie gesagt, ich mag diesen weißen Block überhaupt nicht, aber ich glaube, das sieht doch ganz cool aus. Und wenn der Turm erstmal weitergebaut ist, wird der Turm, glaube ich, auch richtig gut aussehen. Von innen haben wir dieselbe Schoße wie bei fast allen anderen Leuten auch noch. Von außen sieht es ganz cool aus, aber von innen ist da noch nichts gemacht. So sieht man quasi auf jeder Etage von Manulsen etwas Leeres. Dort sieht man noch nicht viel stehen. Nur wenn man weiter runter geht, sieht man ein kleines Lagersystem, welches der liebe Manulsen wahrscheinlich immer noch benutzt. Und ja, ansonsten ist da noch nicht viel zu sehen. Vor seinem Turm hat der Manuel aber noch ein kleines Feld, das Feld des Nulzens genannt wird. Und ich traue mich kaum es zu sagen, auch Early Boy hat ein Haus in Craft Attack 4 angefangen. Ja, die Betonung liegt ganz klar auf angefangen, denn mehr als eine Wand, naja, gibt es nicht. Einen Boden gibt es nicht, ein Dach gibt es nicht und ansonsten gibt es auch noch nicht viel. Von daher haken wir Early Boy relativ schnell ab. Das Einzige, was der Early Boy hat aktuell, ist also das Haus, was er dort stehen hat und zwei leere Inseln. So wie das Boot, was ich mal mit ihm zusammengebaut habe, zumindest angefangen habe zu bauen, aber immer noch nicht zu Ende gebaut habe. Das sieht man jetzt wahrscheinlich oben rechts irgendwo. Ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze schneide. Aber ja, das war es schon von Early Boy. Mehr ist da noch nicht. Bei diesem wunderschönen Sonnenaufgang können wir direkt das nächste Riesenbauprojekt in Craft Attack sehen. Und zwar der Baum, beziehungsweise die beiden Bäume von Veni Craft. Auch Veni hat außen ziemlich viel gemacht. Die Felder, die Sugarcane Farm, die Pumpkin Farm, die Melonen Farm und sein riesiger, riesiger Baum, den er schon fast fertig hat. Innen ist aber auch noch nicht allzu viel passiert. Denn außer einem Riesenplatz, wo Veni bauen könnte und einer Treppe nach oben, gibt es doch nichts. Ich freue mich auf jeden Fall zu sehen, wie die Baumhäuser alle aussehen werden, die er in diese beiden Bäume bringen will. Hier rechts auf dem Berg möchte er seinen zweiten Baum platzieren. Ja, da wo jetzt gerade noch das Glas ist, wird wahrscheinlich dann bald der zweite Baum sein. Ebenfalls ein Bauprojekt von Veni, und das weiß ich, weil ich auch mitmache, ist das hier. Die Thousand Sunny, ein Schiff aus One Piece. Und ja, da sind wir gerade dran. Wenn ihr mehr darüber sehen wollt, guckt doch einfach mal eine letzte Folge an. Da haben wir ein bisschen daran weitergebaut. Oder guckt die heutige Folge von Veni an. Da haben wir auch ein bisschen dran weitergebaut. Und ja, ansonsten, ich würde sagen, das sieht jetzt schon ziemlich cool aus. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn es fertig wird. Und das sollte nicht mehr allzu lang dauern. Direkt neben VeniCraft haben wir Skateboy, der ein Portal direkt in einer kleinen Insel gebaut hat. Was auch ziemlich, ziemlich cool aussieht und ziemlich viel hermacht. Rechts neben seiner kleinen Insel ist Skates, ja, kleines Felsengebäude, Schwebedings. Auch das sieht ziemlich cool aus. Er hat da noch nicht so viel drin. Die meisten Räume sind leer. Es gibt zwei Räume mit Inhalt. Die zeige ich euch natürlich gleich noch. Aber ansonsten hat der Skate dort nicht wirklich viel gemacht. Wir haben da unten in der Entfernung, da fliegen wir gleich auch noch hin, noch ein paar kleine Farmen. Aber erstmal schauen wir uns die Sachen hier in diesem kleinen Felsen an. Ganz oben befindet sich ein kleines Bett inklusive Bilderrahmen. Weiter unten ist eine kleine Bibliothek inklusive Verzauberungs durch ganz vielen Büchern. Natürlich ist es eine Bibliothek. Und einen kleinen Amboss zu finden, um die ganzen Verzauberungs- und Amboss-Sachen zu machen, die man so machen muss. Kommen wir nun zu einem weiteren Teil von Skate Space. Und das sind seine ganzen Farmen und seiner Craftingstätte, da wo er wahrscheinlich die meiste Zeit von sich verbringt. Ein paar Kuhfarmen, ein paar Kühe, ein paar Lamas, ein paar Schafe und ein paar Hühner hat der Skate hier eingesperrt. So wie ein paar Kakteen, damit er an alle Ressourcen relativ cool rankommt. Das ist ziemlich cool, das alles zu haben und auch ziemlich praktisch. Nebenbei hat er dann noch eine Weizenfarm mit Karotten, Rootberries oder wie die Dinger heißen. Wahrscheinlich Kartoffeln und ein bisschen Netherwort. Mit Skate zusammen baue ich das Team-Schrimm-Hauptquartier. Wenn ihr wissen wollt, wo das ist, müsst ihr die Folgen gucken. Ja, hier ist das Banner und so weiter, ist ja alles drin. Dann haben wir noch eine Sugarcane-Farm, aber mehr haben wir auch nicht wirklich. Also es ist eine Skelett-Farm, da können wir so viele Skelette farmen, wie wir wollen, mit integriertem Lagersystem und, und, und. Das Ganze ist ein Rundgang. Das heißt, wir können, egal wo wir uns in dieser Base befinden, wir haben immer den Skelettspawner geladen und können somit ebenfalls immer XP sammeln. Also Skelette sammeln, die dann später XP bringen. Und wir können quasi alles, was da rauskommt, in einem kleinen Lagersystem sammeln und das dann zu einem späteren Zeitpunkt einfach wiederverwenden, beziehungsweise einfach überhaupt erstmal verwenden. Und das ist eigentlich schon ziemlich cool. Hier kommt auf jeden Fall noch viel mehr hin, also seid erstmal gespannt. Ebenfalls direkt am Spawn ist das Haus von Dehner, was aktuell nicht weitergebaut wurde seit mehreren Folgen. Es ist auch getrollt worden und es ist sehr viel pinke Wolle in seinem Haus. Von innen gibt es nichts zu sehen, deswegen fliegen wir nur kurz außen vorbei, ihr seht's. Und, äh, ja, das war auch schon Dehners Haus. Folgt man in der Stadtmitte den Weg, den Basti gebaut hat, äh, der sich sehr, sehr weit entlang schwirbelt, dann kommen wir schlussendlich zu dem Haus von, naja, eben Basti und das sieht auch ziemlich cool aus, auch wenn das letztens erst gesprengt und zerstört wurde, finde ich das ziemlich cool. Es ist ziemlich cool in den Berg hineingebaut und sobald er es wieder repariert hat, sollte da auf jeden Fall was ziemlich cooles bei rausgekommen sein. Aber auch hier muss ich wieder sagen, von innen gibt es absolut nichts zu sehen. Das ist ein bisschen so das Schade an Craft Attack aktuell, dass von innen irgendwie niemand was bauen will anscheinend oder niemand was baut, weil erstmal von außen alles fertig haben wollen. Ist ja auch voll okay, trotzdem finde ich das auf der Worldtour jetzt gerade ein bisschen schade, dass wir uns von innen kaum was angucken können. Äh, das erlaubt mir aber auch quasi diese Cinematic Worldtour, die wir jetzt gerade machen, weil ich dann nicht durch enge Gänge und sowas fliegen muss, das passt schon eigentlich ganz gut. Geht man die Brücke bei Basti's Grundstück entlang, dann sieht man auch noch, dass Basti hier so ein paar Farben hat, ein paar, äh, ja, ein bisschen Sugarcane und so weiter und so fort. Auch das wurde zergrieved anscheinend, weil da ein paar Pistons fehlen, aber ansonsten finde ich die Farben eigentlich ziemlich gut und da kann man einfach mal schnell und dirty lang gehen und sich das ganze Zeug holen. Ähm, wie gesagt, finde ich eigentlich eine coole Sache, aber schade, dass da anscheinend was kaputt ist. Gegenüber von Basti befindet sich das Grundstück von Weißweiß und hier sehen wir direkt, es gibt mindestens drei Gebäude. Eins unten links, es handelt sich dabei um einen kleinen Pavillon. Eins in der Mitte, es handelt sich dabei um, ich weiß gar nicht, was für ein Haus das sein soll. Von innen ist jedenfalls relativ wenig Platz und, ähm, ja, dann gibt es noch ein weiteres Haus am Rand, welches ebenfalls sehr cool aussieht mit viel Liebe zum Detail. Also mir gefällt das Haus wirklich ziemlich gut und in dem Haus gibt es sogar diesmal was zu sehen. Ja, da ist wirklich was drin, auch wenn es nicht viel ist, denn im Haus stehen nur ein paar Kisten und, äh, sowohl in der unteren als auch in der oberen Etage, äh, sind halt nur ein paar Kisten drin. Das ist jetzt auch nicht so wirklich schlimm, aber, äh, ein bisschen schade trotzdem. Das Verzaubung zwischen sowas hat er ja ausgelagert in den Pavillon, das ist ja auch voll okay. Aber wie gesagt, wir haben hier drinnen fast nirgendwo was Vernünftiges. Direkt unter dem Haus von Sinus fällt auf, dass es dort noch ein weiteres kleines Häuschen gibt, äh, mit einem weiteren größeren Häuschen. Diese beiden Häuser gehören Zander. In dem kleinen Häuschen hat er Hühner gehalten, die wahrscheinlich einfach nur Eier geben sollen. In dem größeren Häuschen ist tatsächlich drinnen was drin. Ja, wir haben etwas, wir haben etwas im Inneren des Gebäudes. Und zwar oben ein einfaches Bett mit ein paar Fenstern. Okay, zugegeben, das ist jetzt noch nicht so viel, aber mehr als bei den anderen. Und unten haben wir ein kleines Lagersystem mit ein paar Kisten, einer Enderchest, einer Workbench und, ja, das war's auch schon, aber immerhin ist etwas drin. Außen sieht das Ganze, by the way, echt cool aus, mit viel Liebe zum Detail und ich glaube, er sollte mal seinen Hühnerstall auf Vordermann bringen. Ja, das wäre vielleicht angebracht, hier sind ein paar Hühner drin, aber wenigstens leben die schön in Freilandhaltung. Aber halt, das war nicht alles. Zander hat noch einen Turm und zwar einen relativ großen Turm, den er zwischen den Bergen gebaut hat, dort wo Zinus wohnt. Und in diesem Turm ist noch nichts drin, aber der Turm von außen sieht schon ganz cool aus. Er besteht aus mehreren Etagen, beziehungsweise aus mehreren, ja, Stücken, aus mehreren Teilen, würde ich einfach mal sagen. Und diese werden immer kleiner, äh, je weiter es nach oben geht. Oben kommt dann mal wieder ein etwas größerer Abschnitt, also das finde ich eigentlich ziemlich cool, dass es so verschiedene Abschnitte gibt und auch das Dach ist ganz cool geworden. Auch wenn ich die, äh, die Farben von diesem hellen Holz nicht so gerne mag, sieht es trotzdem ziemlich cool aus. Zander hat hier so einen ziemlich coolen Turm, äh, ja, zwischen die Berge gebaut, wie ich finde. Und, äh, ja, direkt neben Zinus Haus hat er auch eine super, super coole Aussicht auf die Altstadt und auf alles, was man dort sieht, auf den Turm von Manulsen, auf das Haus von Eve und alles, was wir dann auch sehen, äh, apropos das Haus von Eve. Das Haus von Eve befindet sich direkt neben dem, warum auch immer schwebenden, schön gebauten Adventskranz, glaube ich, ebenfalls von Eve. Und, ja, es wurde, glaube ich, von Rewe gebaut, da bin ich mir gar nicht so sicher. Das sind Gerüchte, die ich gehört habe, die eventuell wahr sind, vielleicht aber auch nicht. Ich, ich weiß es nicht. Jedenfalls wurde mir gesagt, dass das Haus von Eve von Rewe gebaut wurde. Am unteren Ende sehen wir so ein paar Farben, ein paar Schafe. Irgendwie hat jeder ein paar Farben mit ein paar Schafen. Und wir gucken uns das Ganze natürlich gleich ja noch von innen an. Von außen, finde ich, kann man aber schon ein bisschen die Ähnlichkeit zu Rewe's Haus erkennen. Auf jeden Fall sind da wieder diese Dach, diese Dachschrägen irgendwie eingebaut. Es ist da auch wieder der weiße Quarz eingebaut worden. Das sieht schon alles ziemlich ähnlich aus. Hat aber, ist aber nicht schlimm, dass das ähnlich aussieht. Ich wollte nur sagen, dass es ähnlich aussieht. Ähm, und von drinnen haben wir hauptsächlich, äh, äh, nichts. Mal wieder nichts. Von innen ist so ziemlich nichts gebaut. Es gibt eine Etage mit einem Bett und einem Stuhl und einem kleinen Bücherregal. Aber von innen ansonsten ist da noch nicht viel passiert. Hier wurde, glaube ich, ein bisschen darauf geachtet, dass das Ganze so ein bisschen höhlich aussieht. Das tut es auch. Das ist gut gelungen, wie ich finde. Es gibt auch Vorhänge. Als Einzige hat die, benutzt die Eve ja ganz gerne mal Vorhänge an ihren Fenstern. Auch das finde ich ziemlich cool irgendwie, muss ich sagen. Das werde ich vielleicht auch nochmal irgendwann verwenden. Aber ansonsten gibt es von drinnen einfach noch nicht viel zu sehen. Außer vielleicht ein paar Kisten und mal eine Ender-Chest. Aber wie gesagt, von innen hat so kaum jemand was gemacht. Und ja, auch bei Eve kann man da nicht wirklich viel finden. Naja, bis vielleicht auf eine kleine Ausnahme, die man da machen kann. Und zwar ist das das Nether-Portal, das ganz cool dekoriert ist. Und mit Glasfenster dahinter, welches einfach nach nirgendwo führt dahinter. Ja, ist das auch ziemlich cool gemacht. Ebenfalls direkt an der Stadtmitte wohnt Spark of Phoenix. Er hat schon ein bisschen mehr gebaut. Das Haus von außen sieht wieder super gut aus. Spark kann auch echt gut bauen. Es ist wieder ein modernes Haus wie in Craft Attack 3. Also so ähnlich wie in Craft Attack 3. So ähnlich wie in Novus. Aber er benutzt doch andere Materialien und achtet darauf, mal ein bisschen was anderes zu machen. Das finde ich persönlich sehr gut. Aber auch hier ist wieder die Sache, dass von innen noch nichts gebaut wurde. Absolut gar nichts. Von innen ist es komplett leer. Und ja, es ist sehr schade, dass von innen so ziemlich alle Gebäude leer sind. Aber wir kommen gleich noch zu Leuten, die innen schon sehr viel gebaut haben. Aber erstmal weiter zu Spark. Wie gesagt, von innen ist da noch nichts am Stissel. Aber von außen sieht es sehr, sehr cool aus. Und wir haben auch eine kleine Crafting Area vor dem Haus, in dem Spark sich wahrscheinlich seine ganzen Sachen zurechtcraftet. Sein ganzes Lagersystem hat. Plus ein Bücherregal mit ein paar Büchern außenrum, wo er dann auch cool verzaubern kann. Und ein paar weitere Sachen hat Spark auch schon gebaut. Er hat nämlich so ziemlich viele Farmen gebaut. Ein paar automatische Farmen, wie zum Beispiel eine Sugarcane Farm. Und ja, eine Weed Farm gibt es auch noch. Und es gibt sogar, glaube ich, noch eine automatische Villager-Eisenfarm unterirdisch. Ähm, die sieht man nicht so gut von außen. Logischerweise ist die unterirdisch, weil sie ist ja unterirdisch. Und ja, das ist auch relativ unspektakulär eigentlich. Aber viel Arbeit ist hier wahrscheinlich reingeflossen. Denn wir haben hier natürlich Wasserstreams. Das ist halt eine ganz normale Eisenfarm. Wasserstreams, ein paar künstlich angelegte Villager-Dörfer. Ein paar Villager, die hier unten rumhängen. Neben dem Turm von Manulsen sehen wir das Haus von Kunga. Und ja, das ist so ein bisschen schlossmäßig aufgebaut. Finde ich auch sehr cool. Er hat versucht, viele Details reinzubringen, indem er verschiedene Blöcke genutzt hat. Das finde ich sehr cool. Das sieht man zumindest und merkt man auch, dass da verschiedene Details versucht wurden zu benutzen. Die Holzzäune an den Seiten tun auch noch ihr Übrigstes. Vielleicht könnte man das noch ein bisschen aufbrechen, indem ab und zu halt mal kein Holzzäun ist, sondern ein Steinblock oder sowas. Aber ansonsten muss ich sagen, sieht das Haus von außen auch schon echt cool aus. Dahin kommt man über eine kleine Treppe, die ebenfalls an der Seite vom Haus angebracht ist. Und ja, wenn man drin ist, sieht man auch schon, dass hier der liebe Kunga schon ein bisschen was gemacht hat. Bei Kunga gibt es tatsächlich was drin zu sehen. Das finde ich persönlich super schön. Dort befindet sich ein Königsstuhl sowie ganz viele kleine weitere Stühle, einfach um dem König und oder was auch immer der Vorträg zuzuhören. Wahrscheinlich hat Kunga gedacht, dass der auf dem Iron Shown sitzt, denn der Thron ist auch noch auf Eisendürken gebaut. Also das hier ist so sein Reich und man sieht auch, hier in dieser Etage hat er ebenfalls sein Bett und seine ganzen Craftingkisten, die er wahrscheinlich zum Crafting benutzt, stehen. Das ist aber nicht der einzige Raum, den Kunga vollgebaut hat. Wir haben noch einen Raum voll mit Dirt, den finde ich besonders schön. Sehr viel Dirt auf jeden Fall in diesem Raum. Das macht dem Raum noch, das verleiht dem Raum eine gewisse Art von Charme. Und wir haben sogar noch einen zweiten Raum. Da ist tatsächlich ein bisschen mehr drin. Da stehen ein paar Bücherregale drin, Ambos hat auch wieder einen Stuhl, aber dann sonst auch nicht viel mehr. Dann geht es weiter zu JB, aber hier gibt es absolut gar nichts zu sehen. Wir haben ein paar Kisten, wir haben ein paar Öfen, aber ich glaube, der liebe JB hat keine Zeit für Craft Attack, weil er beruflich so viel um die Ohren hat und deswegen gibt es hier leider noch nichts zu sehen. Deswegen sagen wir einfach mal, alles klar, wir gehen weiter zum nächsten Grundstück, denn das ist hier direkt um die Ecke. Das nächste Haus oder beziehungsweise der nächste Turm ist von Baloui und dort hat sich auch schon viel getan. Ganz am Anfang hatten wir nur einen fetten Ring aus Obsidian. Mittlerweile geht es rundherum mit Obsidian, dann Netherbrick, dann ein paar Boneblöcke und dann diesen neuen roten Netherbrick. Finde ich persönlich eigentlich ziemlich cool. Von außen könnten definitiv noch mehr Details nicht schaden. Von innen jedoch haben wir mal wieder was von innen. Ja, wir haben was von innen, Leute. Wieder mal die typischen Kisten, die typischen Verzauberungsdische, ein Cauldron, das ist mal ganz was Neues. Und ja, auch andere Sachen. Die neuen Blöcke werden hier ziemlich gut benutzt, wie auch zum Beispiel der Magma-Block in der Mitte, den ich ziemlich cool finde, gerade mit dem Shader. Sie sieht unglaublich gut aus. In Etage 2 haben wir dann noch ein Nether-Portal und ein paar Nether-Wards. Also nichts großartig, spektakuläres. Aber wir haben jedenfalls was. Das finde ich schon ziemlich cool. Aber das war es halt auch schon mit Balouis Haus. Ich glaube, das meiste ist für das Farmen von dem ganzen Obsidian, weil es ist wirklich viel, viel, viel Obsidian gefarmt worden. Ja, draufgegangen. Ja, soweit war es das aber mit dem Haus von Balouis, das hier auch ziemlich nah an der Stadtmitte steht. Quasi direkt neben Spark. Und ja, ansonsten, wie gesagt, finde ich das ziemlich cool. Auch so, wie das eingebunden wird mit dem ganzen Drumherum. Das nächste Haus bzw. Grundstück ist von Petrit. Und ich muss sagen, das sieht ziemlich cool aus. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Also dort haben wir eine lange Brücke, eine große Brücke, die bis nach oben geht, die ziemlich cool gebaut ist, wie ich finde. Auch schön mit dem Glowstone und auch mit den Vines. Das sieht ziemlich, ziemlich cool aus. Von oben ist da leider noch nicht ganz so viel zu sehen, bis auf ein kleines Baugerüst, das aber schon Lust auf mehr macht, sage ich mal. Also auf jeden Fall habe ich Lust, Petrits Gebäude zu sehen, was er da baut. Ich weiß tatsächlich schon, was es baut, aber ich sage es jetzt einfach mal nicht, weil ich nicht weiß, ob ihr das schon wisst bzw. ob Petrit das schon verraten hat. Und ich möchte natürlich nicht was verraten, was der Petrit noch nicht weiß. Und vielleicht, ganz vielleicht, gibt es bei Petrit ja noch einen Geheimgang. Aber wie schon gesagt, ich zeige die Geheimgänge von den Leuten nicht in diesem Video. Zumindest nicht, wenn ich sie nicht ganz wirklich aus Versehen finde. Jetzt kommen wir zu dem Haus von einem Teilnehmer, dessen Häuser immer wirklich, wirklich gut aussehen. und der auch von innen schon direkt gut anfängt zu bauen. Aber bevor wir uns das Haus von oben und oder von innen angucken, gucken wir uns das erstmal von unten an bzw. können wir einmal das Haus in dem Berg sehen und dann gucken wir uns das Ganze von unten an. Denn dort hat er zwei Zelte und dort gibt es ein bisschen Weizen usw. zu finden. Dort kann man sich dann wahrscheinlich oder dort wird er sich dann wahrscheinlich ja, ab und zu mal ein bisschen Essen nehmen. Finde ich persönlich ziemlich, ziemlich cool gemacht. So muss ich sagen, gefällt mir sehr. Auch, dass dort der Eingang zu dem Haupthaus versteckt ist, beziehungsweise ist er nicht versteckt, er ist ganz offen, dass der Eingang überhaupt ist. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Das ist ein guter Platz dafür. Und dass er den Eingang so ein bisschen bebaut hat, das finde ich eigentlich das, was das Coole daran ist. Von innen gibt es bei Rotpilz auch echt viel zu sehen, denn Rotpilz achtet auch sehr auf die Details im Inneren und von innen wird das jetzt den Award von mir für das schönste Haus im Kraftwerk bekommen, weil von innen einfach schon so viel vorhanden ist. Hallo Rotpilz. Und wir sehen, dass er hier ein wirklich schönes Wohnzimmer mit einem Baum drin hat, mit einer wunderbaren Aussicht nach draußen auf den Lavafall und so weiter und so fort. Also das sieht wirklich ziemlich, ziemlich cool aus. Wir haben hier, wie immer bei Rotpilz gewöhnt, haben wir hier viele Bereiche im Haus, zum Beispiel einen eigenen Outdoor-Pool mit Sonnenliegen und Handtüchern und so weiter und so fort. Wir haben einen eigenen Außenbereich zum Sitzen und da ja sehr, sehr viel einfach, was man sich da angucken kann. Auch ebenfalls draußen befindet sich ein kleiner Verzauberungstisch, der ja einfach auch draußen ist. Direkt neben dem Wohnzimmer ist der und da kann man auch dann direkt wieder rein und das Ganze für geht in so eine Art Loop und das finde ich wirklich, wirklich gut. Schönen Weizen als Deko-Elemente benutzt, schöne Deko im Allgemeinen, viel mit Holz gebaut, wie man es von Rotpilz eigentlich schon gewöhnt ist und das Ganze, wie gesagt, gefällt mir wirklich sehr, 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 sehr gut. Natürlich inklusive wunderschönem Schlafzimmer und Ausblick nach draußen, der sich tatsächlich lohnt, würde ich einfach mal so in den Raum werfen, beziehungsweise jetzt sind wir ja gar nicht mehr im Raum. Von außen, wie gesagt, ist es sehr schön in den Berg integriert, auch mit zusätzlichen Wasserfällen und so weiter und so fort mit einem direkten Ausblick auf die Brücke des Friedens. Ein weiteres kleines Detail fehlt aber noch bei ihm im Haus. Wie gesagt, die Geheimverstecke zeige ich nicht. Ich weiß, dass Rotpilz es hat. Ich weiß auch, wo er eins hat, aber das werde ich hier nicht verraten. Auch hat Rotpilz ein kleines, aber feines Lager mit Itemframes, was alles markiert und einer schönen Aussicht auf die Brücke des Friedens. Oh, da steht noch eine Diamantrüstung, die könnte ich mir eigentlich mitnehmen, aber nein, denn ich zeige hier nur alles und klaue hier nichts. Und das finde ich, wie gesagt, eins der schönsten Häuser auf jeden Fall. Kriegt auf jeden Fall einen Award von mir. Welchen weiß ich noch nicht. Könnt ihr mal in den Kommentaren, ah ja, in den Kommentaren könnt ihr generell mal abstimmen, was ihr als coolstes Haus in ganz Craft Attack findet. Und ja, uns bleibt jetzt nur noch eine Sache offen. Und zwar das Haus von Halb Swagling beziehungsweise Halb Zwilling, der hier so ein bisschen abseits baut. Sein Haus finde ich aber ganz besonders cool, weil es irgendwie richtig nice in die Bergseite eingegliedert ist, mit eingebunden ist. Das ist wirklich ziemlich cool. Von innen haben wir da auch noch nicht besonders viel, denn Halb Swagling konnte gerade in letzter Zeit relativ wenig leider nur spielen. Von außen haben wir Kühe, Karotten und so weiter und so fort, ein paar Farmen. Von innen, wie gesagt, ist da noch nicht ganz so viel, aber mehr als bei den meisten anderen. Wir haben nämlich einen Raum mit Bett und so weiter und so fort. Und ja, auch ein bisschen innen die Einrichtung ist auch schon gemacht, mehrere Räume mit Betten, um genau zu sein. Und auch der Halb Zwilling hat ein echt cooles Lagersystem, wie ich finde. Einfach so ein paar Truhen mit Item Frames, die aber nicht auf den Truhen angebaut sind, sondern daneben, was ich ziemlich cool finde eigentlich. Und dann noch eine Spendenwand, wahrscheinlich Wall of Cool nennt er sie hier. Und ja, das wie gesagt finde ich ziemlich cool. Das gefällt mir alles sehr gut. Ein Ofen Array hat er auch noch, so wie ein Verzauberungstisch. Und ja, das ist so glaube ich so ziemlich alles, was wir bei Halb Zwilling zu sehen bekommen. Last but not least haben wir meinen Turm, den ich noch nicht fertig gebaut habe. Aber ich wollte den Turm ja erst weiterbauen, wenn ich von innen jede Etage bis zu der obersten, die wir aktuell haben, gefüllt habe. Und da sind wir auch mittlerweile dran. Wenn ihr sehen wollt, wie weit das genau ist, dann müsst ihr meine Folgen gucken, beziehungsweise am Anfang der Folge habe ich es ja noch kurz gezeigt. Und jetzt gleich zeige ich es nochmal. Das war sie also, die Riesen-World-Tour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, hinterlasst auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben. Schreibt auf jeden Fall Verbesserungsvorschläge. Fand ihr das gut? Fand ihr es nicht so gut? Gut, jetzt möchte ich nochmal ganz kurz hier durchlaufen. Mögt ihr das lieber, wenn ich persönlich dann durch die Häuser laufe? Das kann ja auch sein. Ich wollte, wie gesagt, das ist nur ein Experiment heute, die Folge. Deswegen ist es ja auch eine Special-Folge und nicht Folge 30. Aber egal, gucken wir hier mal lang. Hier ist unser kleiner, ja, unsere kleine Bucht, die wir hier haben. Wenn man weiter hier reingeht, hat man hier ein Nether-Portal. Hier ist noch ein Spawner, den ich gefunden habe. Ein Zombie-Spawner, in dem man, ich glaube, man kann sich hier hinstellen und die Zombies mit einem kleinen Mob-Crusher, äh, crushen und danach, ja, die Mobs quasi fast mit einem Schlag killen. So ganz funktioniert das System noch nicht. Es sind, glaube ich, noch ein bisschen mehr als Einschläge, aber nicht so viel mehr, glaube ich. Ja, vier Schläge mehr. Äh, da muss ich noch ein bisschen was anpassen. Hier hinter, wie gesagt, ist halt einfach ein Zombie-Spawner, den ich gefunden habe, direkt unter meinem Haus. Ganz praktisch eigentlich. Ja, und dann haben wir eigentlich nur noch den Weg nach oben. Hier ist eine kleine Verzaubungsecke mit ein paar Hühnchen drin. Hier ist, naja, noch ziemlich gar nichts mehr, weil ich das meiste schon weggeräumt habe und nach oben geräumt habe. Hier ist die Wall der Spenden. Da muss ich noch mal ein bisschen was aktualisieren. Hier oben haben wir meinen Hauptraum, wo alles drin ist. Mein Lager quasi, meine Operation-Zentrale, von der ich auch sehr schön rausgucken kann. Rausgucken ist aber auch schon das Stichwort, denn von einer Etage weiter drüben, da haben wir unsere kleinen Tierfarm, vier Stück an der Zahl. Hier muss doch viel Deko gemacht werden, aber von hier oben kann man viel besser rausgucken. Auf alle Häuser, die es so gibt bis jetzt und auf die Thousand Sunny auch noch. Ich freue mich, wenn die fertig ist. Das wird richtig cool. Ja, und dann kann man halt noch weiter hochgehen. Und diese Etage sowie die nächste Etage werden wir in den nächsten paar Folgen machen. Und dann fehlt nur noch eine Etage da oben und wir können den Turm weiter nach oben ausbauen, denn dann geht's weiter. Aber Leute, ich hoffe, euch hat diese World Tour gefallen. Das war es schon mit Craft Attack 4 für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!